So, hallo Freunde, willkommen zur zweiten Folge vom Let's Play Norgeholm Version 3.0 In der ersten Folge sind wir stehen geblieben, da haben wir gerade angefangen das zweite Feld hier oben mit Raps anzusehen, das habe ich jetzt in der Zwischenzeit als einziges weiter gemacht und fertig gemacht, weil ich einfach gedacht habe, wir können die Zeit besser nutzen, dass ihr mir das sinnlos beim Ansehen zuseht, das Feld ist jetzt also mal fürs Erste fertig. So, das heißt jetzt, wir können da den Traktor mal fürs Erste wieder wegstellen. So, das heißt jetzt, wir können da den Traktor mal nicht in der Stunde非常的 disturbance. So, das nächste, was wir jetzt da in Angriff nehmen, ist, wir haben da das dritte Feld. Da haben wir den Weizen runtergeholt. Da liegt uns jetzt noch das ganze Stroh herum. Ich wollte es eben nicht häxen, weil wir ihm gesagt haben, wir brauchen diese Rohstoffe. Und damit wir an diese Rohstoffe rankommen, an das Stroh, und wir nur mehr knappe, ja, ein bisschen über 2.500 Euro am Konto haben, wir aber noch einen Ladewagen brauchen, schauen wir mal kurz rein in den Shop, was uns der in etwa kosten wird. Der kleine Ladewagen liegt einmal bei 27.000 Euro, das heißt, wir müssen uns noch einmal ein bisschen Geld von der Bank ausborgen. Dann können wir uns den Ladewagen hier mal kaufen. Dann können wir uns den Ladewagen aufbauen. Weilrad brauchen wir momentan nicht, das ist dem Markt drin. Wir sehen uns auch mal an, wenn wir uns dann in den Verkauf Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Seite fährt und nicht in die Gegenfahrbahn rein bei der Ampel, weil auch da, wenn die Ampel auf der Gegenseite rot zeigt, würdet ihr dann geblitzt werden. Das funktioniert bei dem Mod auch nicht hundertprozentig, aber wenn ihr halt da schaut, dass ihr schön gemütlich auf eurer Straßenseite bleibt, dann funktioniert das eigentlich auch recht gut. Sollte So, dann werden wir da anfangen und hier das Stroh schön gemütlich dann mal zusammensammeln. So, dann werden wir da anfangen. 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 So, da wird jetzt wahrscheinlich die Bahn nicht mehr ganz ausgehen, aber egal. So, dann machen wir halt noch zusammen, was geht. So, jetzt ist das Teil endlich voll. Ja, das Strohlose verkaufen auf der Karte kann man machen. Aber nachdem ich da relativ bald vorhabe, was in Betrieb zu nehmen, ist es eigentlich sinnvoller, das Stroh mal einzulagern für das Erste. Dann haben wir da hinten, unser Strohlager. So, dann werden wir da anfangen. 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 So, dann wird da anfangen. So, dann werden wir da anfangen. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich schaue halt immer, dass ich mir da möglichst alles zusammensammle, wenn so kleine Flecken am Feld übrig bleiben. Die paar Liter, also zahlt sich der Spritverbrauch fast nicht aus, da so Kleinigkeiten dann zusammenzusammeln. Aber eben da, wo mehr Stroh liegt, da fahre ich dann eben schon noch einmal drüber. Also, ist einfach schade drum. Ja, das im Grunde und Ganze schon mal erledigt. Ja, das ist einfach schade. Ja, das ist einfach schade. Ja, das ist einfach schade. So, da wir das jetzt einmal schön gemütlich gemacht haben, können wir uns jetzt wieder der Arbeit zuwenden, die wir kennengelernt haben, nämlich wir schnappen uns einmal den Düngerstreuer und den Grubber. fangen wir mal wieder mit dem Düngerstreuer an. Sind jetzt noch 1470 Liter drin für das kleine Feld, müsste sich das eigentlich ausgehen. Und das ist einfach schade. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und nochmal die Empfehlung von mir, eben wenn euch das Ganze hier so aufbaut, wie ich, auf der Schwierigkeitsstufe schwer, lasst tun wir jetzt gerade am Anfang die Helfer aus. Die verbrennen euch gerade anfangs das Geld schneller, als ihr das Geld reinholen könnt. Und nochmal die Helfer aus. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 haben wir in der letzten Folge haben wir uns ja genug Saatgut eingelagert Saatgut, Silobestand befüllen so, dann schauen wir uns mal kurz die Karte an jetzt haben wir Feld 24, haben wir Gerste drauf am Feld 38 Raps jetzt haben wir aber nur 5000 Liter Weizen da werden wir eventuell nochmal schauen dass wir uns da da muss man die Sehmaschine um auf Weizen ja, der Grund warum bei der ersten Ernte so wenig rauskamen liegt einfach darin, dass das Feld eben nicht gedüngt war sobald wir das Feld nämlich düngen holen wir da uns doppelt mehr Ertrag raus also bei der nächsten Ernte wird das schon etwas mehr werden das Feld ist ja hier ist ja aber das ist ja hier ist ja so das ist ja Ja, auf der Norgeholm wurden auch die Wachstumszeiten der Früchte etwas verändert, also wenn ihr das hier auf Pflanzenwachstum normal habt, könnt ihr davon ausgehen, dass die Felder von den Früchten hier alle sechs Stunden um eine Wachstumsstufe wachsen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Es ist halt in der ersten Zeit mit den kleinen Geräten, da spielt er halt auch mal wirklich das Spiel, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Aber wie heißt es so schön, den nächsten Krieg macht auch nichts. Das ist auf alle Fälle, ja. Und es ist auch wirklich so, also Leute, euch läuft hier nichts davon, also... Es gibt halt, sagen wir mal, viele Arten, ein Spiel zu spielen, ich reize halt gerne die Spiele halt aus, also ich spiele die nicht in drei Wochen durch und hau das Spiel dann in eine Ecke und sage, ja, ich brauche was Neues. Das Gleiche ist es auch bei den Karten, also ich reize die auch wirklich gerne aus. Und das ist eben auch das, was ich euch in dem Let's Play ein bisschen zeigen will, wie ihr da einfach, ähm, einfach hier ein bisschen Spaß haben könnt. Und so langsam, aber bestimmt, mehr oder weniger so vom kleinen, kleinen Grundbesitzer da zum Großgrundbesitzer mit dem dementsprechenden Umsatz, mit dem dementsprechenden Fuhrpark, wirklich, dass halt einfach das Ganze so a peu a peu aufbauen könnt. Und da bin ich es, das Ganze so weit... Da bin ich mir... So hyvin... So spannend... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh Freunde, ein paar Bahnen noch, dann haben wir auch das geschafft Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, damit hätten uns alle drei Felder, die wir im Besitz haben, einmal Zeit zum Wachsen. Jetzt kann man natürlich die Zeit vorspulen und warten, dass das Getreidereif wird. Nur habe ich euch eben auch in der ersten Folge schon gesagt, Zeit vorspulen in dieser Zeit kosten die Fahrzeuge Geld. In dieser Zeit, wo wir Zeit vorspulen, verdienen wir nichts. Das ist also nicht unbedingt zu empfehlen. So, jetzt haben wir halt nur mehr 597 Euro am Konto. So, aber wenn wir uns den Fuhrpark so ansehen, was wir jetzt hier sehen, plus den Trecker, den wir da unten stehen haben. Wir haben einfach für den Singleplayer zu viele Fahrzeuge. Zu viele Fahrzeuge, die wir eigentlich so nicht wirklich benutzen können, die nur im Weg rumstehen oder nur rumstehen und eigentlich tägliche Fixkosten verursachen, brauchen wir nicht. Was wir brauchen ist, wir wollen ja den Hof vergrößern, wir wollen expandieren. Folglich brauchen wir einmal Geld. Also ist es das nächste, was wir machen werden, nicht benötigte Fahrzeuge einfach einmal verkaufen. Darunter der Hörelement zum Beispiel, der da eh schon so nett beim Händler steht. Brauchen wir nicht. Ein Kostenfaktor weniger und wir haben auf einmal wieder 22.000 Euro am Konto. So, die nächste Frage ist, wir haben zwei Deutz-Traktoren, brauchen wir beide? Ich würde sagen, nein, einen können wir ohne weiteres auch den Händler zurückgeben. Ja, ich könnte die Fahrzeuge direkt über die Garage verkaufen, werden wir aber auch nicht machen. Wie gesagt, wir brauchen jeden Euro und wir gehen direkt zum Händler fahren, in diese umrandete Verkaufsfläche. Wir kriegen einfach um 20% mehr Geld dafür. Folglich ist es sinnvoll, die einfach zum Händler zu fahren. Du bleibst grün, hast du gesagt, sehr brav. So, Freunde, damit hätten wir uns wieder frisches Kapital in die Kasse gespült. 53.000 Euro. Das zweite Gewicht brauchen wir dann im Endeffekt auch nicht. So, mit dieser 53.000 Euro, die wir jetzt haben und wir haben auch noch 10.000 Luft vom Kredit her nach oben. Im Standardspiel, wenn wir nicht cheaten, haben wir nur 200.000 Euro Kredit zur Verfügung. In dem Fall können wir uns die sparen, weil in dem, dass wir jetzt diese zwei Geräte verkauft haben, können wir uns jetzt ein Gerät kaufen, was uns wieder Geld einbringt. Und zwar haben wir hier die schöne Kombination auf der Karte. Wir haben hier Landwirtschaft und Forstwirtschaft. Und in die Forstwirtschaft werden wir jetzt einsteigen. Dazu gehen wir im Shop, wenn ich sie finde, in die Forstgeräte. Da haben wir jetzt die Stepa, kostet 54.000 Euro. So, wir haben noch diese 10.000 Euro und die werden wir uns jetzt noch holen. Damit ist es jetzt möglich, dass wir uns zum Einstieg einmal die kleine Stepa holen. Und uns eine Kettensäge holen. Das ist einmal so die Grundausrüstung. Kettensäge ist egal, welche, dass wir uns nehmen, können alle das gleiche. So, damit werden wir jetzt einmal für den Forstbereich gerüstet. Und somit müssen wir jetzt dem Getreide auch nicht beim Wachsen zusehen, weil in dem, was wir uns die Geräte gekauft haben, können wir jetzt in weiterer Folge gleich wieder weiterspielen. Deswegen auch zu Beginn der ersten Folge der Hinweis, wir werden hier sehr wenig Zeit vorspulen. Ja, Ampeln sind schüchterne Wesen, immer wenn man sich ihnen nähert, werden sie rot. Hat aber auch so einen Vorteil, wenn man Raucher ist, sind genau das die Zeiten im Spiel, wo man dann die Möglichkeit hat, sich gemütlich eine Zigarette anzurauchen. Okay. 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 So, wenn wir jetzt hier die Karte ansehen, haben wir hier einige Wälder auf der Karte, also zum Forsten haben wir hier genug Platz. Ich würde sagen, der Einfachheit halber, wenn ihr oben links auf die Karte seht, haben wir den ersten Wald bei Zwischenfeld 1, 11 und 18. Da in diesem Wald werde ich jetzt einmal anfangen, einfach weil da oben auch der Holzverkauf ist. Sprich, wir somit relativ wenig oder kurze Transportwege haben, um das Holz dann letztendlich zu verkaufen. So, wir sehen uns jetzt wieder. Ja, vor lauter Let's Play. Okay, Olli, ich werde wieder hübsch, ich finde wieder kalten Kaffee. Okay, Olli, ich werde wieder hübsch. Okay, Olli, ich werde wieder hübsch. So, und damit wären wir jetzt schon in unserem Wald, wo wir jetzt in die nächste Zeit arbeiten werden, angekommen. Da stehen ja genug Bäume rum. Das heißt, wir werden uns mal anfangen, uns da nach der Reihe die Bäume einmal zu legen. Ja, Bäume legen, da habe ich auch schon die abenteuerlichsten Fellmethoden gesehen. Baum schneiden, mit dem Traktor dagegen fahren, wie auch immer. Aber es muss ich sagen, eine unschöne Variante gefällt mir persönlich nicht unbedingt. Am besten geht's, wenn ihr euch die Motorsäge nehmt, mit der STAG-Taste in die Hocke geht, die Kettensäge leicht schief dreht, dass ihr so eine Art schiefen Schnitt einmal bekommt. Da mal hinein sägt. Dann könnte der Baum schon von selbst fallen. Sollte er das nicht machen, einfach die Kettensäge in die Waagrechte drehen. Und einen zweiten Schnitt ansetzen. Und dann fängt der Baum schon an, dass er sich schön brav legt. So, dann werden wir den einmal schön entlasten. Seit dem Patch 1.3 bringen wir die Bäume, wenn man sie nicht entlastet, weniger Geld, wenn man sie beim Sägewerk verkauft. Also folglich solltet ihr darauf achten, dass ihr die Bäume auch entlastet. So, Baumlängen. Im Standardspiel ist es etwas schwer, die Baumlängen da richtig abzuschätzen. Ich habe dafür einen Mod, den ich euch hier jetzt auch vorstellen möchte. Und zwar, ich habe ein schönes Metamars. Das heißt, ich gehe her zum Baum. Linke Alt-Taste, rechte Maustaste. Dann seht ihr hier, dass ich unten in der Mitte des Bildschirms 0 Meter einblende. Dann brauche ich im Endeffekt nur mehr hergehen. Motorsäge. Für die Steepa eignen sich am besten so um die 5 Meter Stücke. Also ob jetzt es sind 4,80 Meter, 5 Meter, 5,20 Meter. Wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Aber so um die 5 Meter herum. Wir werden uns da den Baum jetzt einmal zurecht sägen. Das ist eben auch so beim Sägewerk. Die dicken Baumstämme bringen mehr Geld. Die dünnen Baumstämme bringen weniger Geld. Also in weiterer Folge, wenn man nachher wirklich Forst betreibt und einmal das Geld hat, dass man sich den großen Häcksler leistet oder den Jens-Häcksler leistet mit einem starken Traktor dazu, ist es dann eben ratsam, die dicken Stämme am Sägewerk zu verkaufen. Und die dünnen Stämme eben einfach dann nachher durch den Häckslerjagd hat im Endeffekt die größtmögliche Ausbeute an Geld. So, da geht sich noch ein zweiter Baum aus. Den werden wir jetzt einmal auch gleich legen. So, wieder Kerbschnitt hinein. Wie ihr seht, hat gleich auf Arnig funktioniert. Haben wir keinen Fällsschnitt gebraucht. Legt sich einmal gleich von selbst. Was ich euch eben auch raten kann, ist, wenn ihr das Spiel wirklich intensiver spielen wollt, investiert Geld in ein günstiges Lenkrad. Muss jetzt nicht ein über drüber 300 Euro teures Lenkrad sein. Ich habe hier selber nur eine sehr 50 Euro oder so um den Dreh herum. Tut's vollkommen. Und einen billigen Joystick. Joystick eben für die Kran- und Frontlader-Tätigkeiten. Ihr tut euch einfach leicht als mit der Maus. So, diese Bettenbäumchen reichen mal. Oh, vergesst nicht, bei der Stepa die Stützfüße auszuklappen, weil ansonsten fliegt euch das Teil relativ schnell um. Und der Grund, warum ich eben euch zu 5 Meter Stücken rate, ist einfach der, ihr seht schon von der Länge her, ihr bringt die dann Wunderschön auf die Stepa drauf. Die Stützfüße ausgesetzt. Tschüss. Untertitelung. am leichtesten tut ihr euch auch also nehmt die Stämme relativ in der Mitte mit dem Greifarm dann ist sie einfach schön ausbalanciert und ihr könnt die ideal handeln schauen wir mal, ob wir den einen da noch kriegen müsste sich eigentlich ausgehen vom Schwenkbereich her vom Kran jawohl scht 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, und wie ihr jetzt sicher schon bemerkt habt, sind wir jetzt einmal aus dieser Zeit, wo wir jetzt eigentlich nur mal Geld investiert haben, für Saatguteinkauf, für Düngereinkauf, Felder bestellen, also alle Arbeiten, die wir jetzt eigentlich gemacht haben, haben es jetzt eigentlich nur Zeit gekostet, aber temporär mal noch kein Geld eingebracht. Jetzt sind wir mal hier auf dem Level, dass wir mal hier direkt schon Geld verdienen, also mit diesen Wirtschaftszweigätzen, die wir uns jetzt hier erschlossen haben, sind wir jetzt einmal dabei, dass jetzt einmal die Kasse bei uns da ein bisschen zu klingeln anfängt, tun wir uns dann auch wieder leichter, den Hof wieder weiter auszubauen. So, jetzt gibt es die Möglichkeit, dass wir entweder den Zug gleich abschicken oder das Ganze ein bisschen zusammensammeln und uns den Exportbonus etwas später holen. Ich werde diese Variante jetzt bevorzugen, das heißt, wir fahren jetzt einfach mal wieder zurück zum Wald, werden uns noch ein, zwei Bäumchen legen. Ich werde diese Variante durchlaufen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Hier sitze ich nun in aller Ruhe und schaue dem Baum beim Kuhlern zu. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, noch so ein kleiner Tipp von mir am Rande, ladet euch die Stäper nicht zu voll, weil Ansonsten kann es sein, dass ihr die Baumstämme nachher unterwegs in einer Kurve dann verliert und ja, ihr habt im Endeffekt die doppelte und dreifache Arbeit nachher beim Aufladen, also macht sie voll, aber nicht zu voll. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So, steigen wir da mal kurz aus, dass ich euch das mal besser zeigen kann Hier bekommen wir unsere Jungschweine her Da in der Mitte unsere Junghühner, die wir uns jetzt in weiterer Folge gleich holen wollen Und hier befinden sich dann die Jungrinder, die Kälber auf gut Deutsch Schauen wir mal kurz in die Shop-Übersicht Also Ladekapazität haben wir hier 220 Junghühner oder 140 ausgewachsene Hühner Die wir dann mit dem transportieren können Das heißt, wir schieben da jetzt einfach einmal verkehrt rein Schauen, dass wir da ungefähr die Rampe treffen Klappen den Bertimax auf Und sehen schon Im Shop hätten uns die Hühner 80 Euro das Stück gekostet Hier liegen wir jetzt nur mehr bei 25 Euro Und somit können wir auch hier Die Gewinnspanne wieder maximieren Wenn wir das auf diese Tour machen Dieser Spann Drehen wir den Motto double up Dauert jetzt einen Moment Das ist immer so der Moment, wenn ihr euch sortiere abholt oder wie auch immer Das ist so der Moment, wo ihr euch ein bisschen zurücklehnen könnt Ein bisschen entspannen könnt Chillen könnt, wie es in der Sprache der Jugendlichen heißt Und einfach mal warten, bis die Damen und deren Hühner da eingestiegen sind Wir werden den Anhänger jetzt gleich einmal komplett voll machen Also dass wir unsere 220 Masthühner da geladen haben Wie gesagt, wenn ihr den Erfolg irgendwie noch machen wollt Mit den Bringen wir den Konto schon den ersten Tag ins Minus Also ihr habt hier auf der Karte genug Möglichkeiten Entweder kauft ihr halt noch einmal zusätzlich Saatgut Wichtig ist halt nur Dass ihr euch vorab schon mal die Geräte holt Die ihr dann braucht Also bis zum Forst solltet ihr mal aufpassen damit Aber wenn ihr mal die Forstgeräte habt Dass ihr mal wieder zu Geld kommen könnt Dann könnt ihr diesen Erfolg einmal ohne weiteres machen Und einmal mit irgendeinem Einkauf Oder wie auch immer Tanken Saatgut holen extra Oder wie auch immer Dass ihr einfach mal zu dem Erfolg kommt Also bis zum Forst So wie ich euch das jetzt hier in dem Let's Play gezeigt habe Bis zu dem solltet ihr mit dem Geld mal äußerst sparsam Umgehen Da wie gesagt Der Forst nachher Der wichtigste Bereich ist Den ihr euch mehr oder weniger mal so im Kleinen Mal anschaffen solltet Um einmal wirklich auch wieder zu Geld zu kommen Und dann geht's Und dann geht's Und dann geht's Ah Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und schreibe ich dann auch immer dazu, wann ich den nächsten Stream für diese Let's Play Serie geplant habe. Geht halt oft spontan. Ich bemühe mich halt immer die Videos, ja, sag ich mal, maximal drei Stunden. Das ist aber schon das Höchste der Gefühle, dass ich die durch ein Weg streame. Alles andere teile ich halt dann nachher eben in gewisse Serien auf und die produziere ich eben, je nachdem wie ich halt gerade Zeit habe. So, Masthühner haben wir jetzt endlich entladen. Jetzt müssen wir die Tiere dann natürlich auch dementsprechend füttern, mit Stroh versorgen, mit Wasser versorgen. Das werden wir jetzt noch erledigen. Und zwar fangen wir da am besten gleich einmal mit dem Stroh an. Jetzt wisst ihr auch, warum ich den Ladewagen gleich besorgt habe und wieso ich auch das Stroh am ersten Feld nicht gehäckselt habe, sondern zusammengesammelt habe ich, habe ich ja gesagt. Wir werden das dementsprechend bald brauchen. Und jetzt ist es schon soweit. Wie gesagt, Bandana, auch in dem Video wieder Grüße an dich, also mit dieser Map ist dir, muss ich sagen, gewaltig was gelungen, ein richtiges Meisterstück. Also es macht einfach Spaß hier zu spielen. So, das sollte mal für unsere Zwecke reichen. So, das sollte mal für unsere Zwecke reichen. Mit dem Stroh könnt ihr das Ganze ganz einfach machen. Einfach in den Ladewagen hinein. Und dann CDE, das Abkippsymbol. So, wie ihr seht, da geht nicht besonders viel rein. Aber da drinnen haben wir jetzt in der nächsten Zeit einmal nichts mehr zu schaffen. Das heißt, wir können jetzt einmal gleich die Türen wieder zumachen. Nicht, dass da den jungen Küken noch kalt wird, die Armen. Oh, ganz einfach. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 So, den Rest zum Stroh gehen wir da einfach wieder zurück ins Lager. Also, wie gesagt Leute, lose Stroh verkaufen lohnt sich fast nicht, weil das ist so wenig Geld, aber da werde ich euch im weiteren Let's Plays dann auch noch zeigen, was ihr mit dem Stroh, wenn ihr mal genug davon habt und es so nicht braucht, was ihr damit noch so alles anstellen könnt. Also, da gibt es gerade auf dieser Map auch wieder mehrere Möglichkeiten, wie man aus dem Rohstoff Stroh noch andere Sachen erzeugen kann. Aber dazu in weiteren Let's Plays folgen dann mehr. Nicht jetzt und nicht alles auf einmal. Gut, als nächstes Rollen wir uns den Brandner Anhänger Rollen wir uns auf. Und den Weizen, den wir uns hier eingelagert haben, da werden wir auch nicht alles brauchen aus dem Lager. Was wird wahrscheinlich schon zu viel sein, aber was wir nicht brauchen, gehen wir halt wieder zurück. Bis zum nächsten Mal. Drei, schritt mich noch nicht hier. So, dann habt ihr hier so ein grünes Getreidesilo, da könnt ihr eben Getreide, alles mögliche außer Raps, das fressen die Hühnchen nicht so gerne, aber anderes Getreide könnt ihr denen gerne geben. Einfach da hineinkippen, dann seht ihr auch, wie hier der Stand ansteigt. In dem Glasröhrchen, in diesem Schauröhrchen, da seht ihr das. Schauröhrchen Den Rest bringen wir wieder zurück ins Lager Torbantils Fertig Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, jetzt haben wir mal die Masthöner im Rahmen unserer Möglichkeiten bestmöglich versorgt. Die sind einmal für das erste glücklich. Da dauert es halt immer etwas, bis ihr hier die Produktivität angezeigt wer bekommt, das ist halt einfach zeitverzögert, aber es ist jetzt einmal Getreide ist drinnen, Wasser ist drinnen, Stroh ist drinnen, die sind einmal für das erste glücklich. So, jetzt geht's. Dann stellen wir den Wassertank der Welt ab. Ja, wenn wir schon beim Thema sind, können wir uns jetzt auch einmal, so viel Geld ist noch da, dass wir da nicht dauernd mit den dreckigen Geräten spazieren fahren. Dann werden wir uns einmal mit dem Geld, was wir uns erwirtschaftet haben. Und uns der Bauer der Karte ja netterweise einen Waschplatz gemacht hat. Wir haben uns einmal hier einen Kärcher hin platzieren. Dann sind wir auch in der Lage, unsere Fahrzeuge mal zu waschen. So, dann sind wir hier mit den Hühnern jetzt das erste Mal durch. Können wir jetzt mehr oder weniger noch einmal aufräumen. Fahren dazu wieder zurück in unseren Wald, wo wir angefangen haben, da die Bäume zu legen. Lukas, danke schön fürs Follower. Vielen Dank. 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 Barakun eventuell. Gut, in diesem Sinne, wie gesagt, wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende, schönen Tag und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Tschüss!